Hallöchen, hier ist wieder euer Hotdog und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Minecraft. Genau, so heute mal wieder was gibt es was von Spongebob und zwar wollen wir heute den Barg-N-Markt. Das ist so ein Lebensmittelhandelgeschäft bei unserer Spongebob Welt. Ihr seht das ganze vor uns, das soll glaube ich so eine Schatztruhe darstellen und darüber dann die Schrift Barg-N-Markt ganz mal ein bisschen abgekürzt mit BNM und ja, das ist es halt. Ich würde mal sagen, bevor wir da ein bisschen reinschnöckern, wie es innen drin aussieht, fliegen wir einmal komplett einmal kurz ringsrum und dann geht das ganze nochmal hier von der anderen Seite, halt wie so eine Schatzkiste halt, an den Seiten sind dann noch solche Griffe befestigt. So, das ist halt mal einmal von außen und dann fliegen wir nochmal einmal innen drin rein. Gut, die Mark kann man jetzt von Spongebob nicht so gut darstellen innen drin, trotzdem mal ein bisschen versucht. Ich habe auf Bildern wie in den Folgen manchmal gesehen, dass irgendwie so Laternen von der Decke hängen und das mal ein bisschen so versucht darzustellen mit den Endstäben mit Eisengittern als Seil vielleicht und dann ein paar Bücherregale als, ja, die Lebensmittelregale. Jo, was kann man hier noch eigentlich reinbauen? Ja, höchsten Kasse noch. Na gut, und dann alles mögliche, was man gerne möchte. Ich habe noch ein bisschen noch hier freigelassen, damit wir uns noch ein bisschen frei bewegen können. Ja, das wird heute unser Barg-N-Markt und wo wir das ganze wohl entstehen? Ja genau, gleich gegenüber oder neben, ja gleich daneben an. So, ich würde mal sagen, wir gehen erstmal in die Kiste ran, bevor wir überhaupt loslegen können. Und zwar brauchen wir heute für unser Barg-N-Markt ganz einfach Schwarz-Eichen-Stufe, dennoch mal Schwarz-Eichen-Block, wieder von die Treppe, dennoch gelbe Wolle, hellblaue Glasscheiben. Ihr könnt natürlich wieder eure Lieblings-Glasscheiben nehmen, das ist jetzt ja, ist eure Sache, welche ihr nehmen möchtet. Und dann brauchen wir noch graue Wolle. Wie ein Geschwindigkeitstrank, damit wir das ganze auch ein bisschen flott platzieren können. Und dann geht das ganze gleich hier los, und zwar mit der Kiste an sich. Und dafür brauchen wir erstmal Schwarz-Eichen-Blöcke. Die platzieren wir jetzt irgendwo an einer beliebigen Stelle. Gehen wir jetzt einfach mal, ja, erstmal ziehen wir uns das lang. So, wenn wir ein Gesetz haben, lassen wir erstmal zwei Blöcke frei und setzen eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs Blöcke gesetzt. Danach lassen wir eins, zwei, drei, vier, fünf Blöcke frei und setzen eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. So, danach lassen wir nur zwei Blöcke frei und setzen einen. So, das wird jetzt eigentlich unsere Vorderansicht denn schon. Also solltet ihr euch das jetzt da einsetzen, wo da natürlich eure Straße ist. Wenn ihr das habt, denn, ja, geht's einfach mal nach hinten. Und zwar ganz einfach, lassen wir jetzt nach hinten erstmal zwei Blöcke frei, setzen zwei, zwei frei lassen, zwei setzen, zwei frei lassen, einsetzen. Dass wir hier an den Seiten jeweils dreimal, ja, zweimal freigelassen haben. So, jetzt ziehen wir das Ganze hinten aber zu. Und zwar einfach bei dem Einer lassen wir erstmal zwei Blöcke frei, so wie vorne und setzen dann eins, zwei, drei, vier und fünf. So, danach lassen wir zwei Blöcke frei und setzen drei, zwei Blöcke frei lassen und eins, zwei, drei, vier und fünf Blöcke setzen. Danach lassen wir nochmal zwei frei und setzen einen und der sollte genau wie vorne so übereinander abstimmen. So, wie auf der anderen Seite machen wir jetzt hier auch mal so zweier Abstände. Also zwei frei lassen, zwei setzen, zwei frei lassen, zwei setzen, zwei frei lassen. Okay, das jetzt sage ich mir erstmal unser Grundriss. Das Ganze ziehen wir jetzt auf eine Höhe von eins, zwei, drei und vier. Insgesamt haben wir fünf. Das heißt, überall machen wir jetzt noch, ja, ganze vier Schichten drauf. So, dass wir halt insgesamt, ja, fünf Blöcke übereinander haben. So, das machen wir auch nochmal einmal komplett ringsrum. So, natürlich erstmal hier schön die Vorderseite, dann kommen noch die Seiten. Jetzt einen Trick dafür, wie man das Ganze ein bisschen schnell hochziehen kann, gibt es eigentlich nicht. Muss man schon doch auf die liebe alte Art machen und alles einzeln immer hochziehen. So, jetzt machen wir noch schnell hier die hintere Seite. Wenn wir das Ganze hochgezogen haben, könnt ihr euch auch gleich schon eure Glasscheiben zur Hand nehmen. Denn wir machen dann erstmal die Fenster, wie den Eingang, dass wir dann in Ruhe den oberen Teil unserer Schatzkiste natürlich auch noch fertig bauen können. So, okay. Wenn wir das erstmal alles hochgezogen haben, nehmen wir erstmal unsere Glasscheiben. Wir fangen einfach mal da an, wo wir immer zwei Blöcke freigelassen haben. Da setzen wir eins, zwei, drei Mal Glasscheiben rein, natürlich auf beiden Seiten. So, dann machen wir das erstmal auf den Seiten natürlich. So, alles einfach mal ausfüllen. Ihr seht, ich habe unten mir jetzt einfach mal als Markierung hellblaue Wolle gelassen. Da könnt ihr natürlich entweder... Nehmt dann einfach den Boden, den ihr auch innen drinnen von eurer... Ja, von eurem Mark denn auch macht. Macht das einfach dann auch runter den Glasscheiben. Nicht, dass ihr euch irritiert, warum ich mir da hellblaue Wolle hingemacht habe. So, ansonsten füllen wir das Ganze erstmal hier aus mit den Glasscheiben. So, dann sind wir wieder vorne angekommen. Machen wir auch erstmal alles auf drei hoch. Und dann haben wir jetzt sag ich mal hier unsere Vorderseite, bei unserer Vorderseite fünf Blöcke ja freigelassen. Das wird jetzt unser Eingang. Das heißt an den Seiten machen wir jetzt erstmal nur vier... Ja, machen wir vier Glasscheiben hin. Ich würde mal sagen, das Ganze machen wir zweimal. Also dennoch mal einmal nach innen. Blub. Genauso wie hier. Dann machen wir jetzt über den ersten vier einfach mal einen Block hin. Und dann verbinden wir einfach die zwei Seiten mit Glasscheiben. Ja. So. Das ist dann, sagt man, unser Eingang noch gut. Könnten wir noch ein bisschen runterziehen. Na. So. Ja, das entweder auf dreier Höhe ist oder auf zweier Höhe. Ne. Müsst ihr mal gucken, was euch besser gefällt. Ich lasse erstmal auf dreier Höhe. Okay. So. Wenn wir das haben, nehmen wir erstmal wieder unsere schwarzeichen Blöcke. Und machen natürlich erstmal über unseren Fenstern das Ganze zu. Müssten jetzt zwei Blöcke noch sein, die wir zuziehen müssten. Müssen wir auch noch einmal komplett ringsrum fliegen. So. Einfach oben alles schön zu machen. Okay. Jo, dann sind wir wieder vorne angekommen. Das heißt, jetzt nehmen wir ganz einfach mal unsere schwarzeichen Treppen. Und ja, ziehen die einmal komplett hier oben drauf lang. Auch über unseren Eingang. Auch an den Seiten. Einfach alles einmal komplett hier lang ziehen. So. Wenn wir das haben, wechseln wir jetzt wieder zu unseren schwarzeichen Blöcken. Die platzieren wir jetzt einmal wieder rauf. Auch wieder einmal komplett ringsrum. Obwohl, nee, wir machen es ein bisschen anders. Wir machen es jetzt von Seite zu Seite. Denn das Ganze müssen wir jetzt hochziehen. Und zwar auf eine Höhe von insgesamt fünf Blöcke. Jetzt haben wir einmal schon gemacht. Jetzt machen wir einfach die zweite Schicht. Und so geht das halt immer wieder. So. Jetzt kommt die dritte Schicht. Die vierte. Und natürlich die fünfte. So. Am besten kontrollieren wir das nochmal. Nicht, dass wir uns erzählt haben. So. Fünf Blöcke. Das heißt, das haben wir jetzt auf einer Seite schon hochgezogen. Wir müssen uns einfach nur noch danach richten. Und dann ziehen wir das einfach überall. Ja. Einfach nach. So. Die Hinterseite natürlich auch. Ja. Sehr schön. Jetzt werden wir so nur eine Seite. Müssen wir auch nochmal hier alles hochziehen. noch fünf Blöcke. Und dann können wir schon gleich das Dach machen. Okay. So. Dann sieht die Kiste natürlich erstmal so aus. Danach nehmen wir einfach mal unsere Schwarzeichenstufen. Und haben die schöne Aufgabe das ganze Dach einmal auszufüllen. Ich mache erstmal die Ränder. da. Wovor ich die Mitte mache. Oh. Da hinten sehen wir noch ein bisschen so unsere große Krabbe. So. Gibt es da eigentlich so ein paar besondere Folgen eigentlich über diesen Markt. Ich kenne eigentlich nur so insbesondere die erste Folge von Spongebob. Auch erste Staffel. Erste Folge. Also richtig die erste Folge. Wo er halt den Job anfängt bei der großen Krabbe. Und wo natürlich der Mr. Krabschen eine Aufgabe gibt. Die er eigentlich ja nicht schaffen könnte um diesen Job zu kriegen. Und zwar muss er in den. Ja. Backendmarkt den wir gerade bauen. Äh. Hingehen. Also geht er so an sich hin. Und äh. Sollte einen. Was sollte er holen. Einen Pfannenwender Deluxe. Irgendwas. Ja Pfannenwender Deluxe. Klasse. Irgendwas mit allen möglichen Schnickschnack. Und äh. Was er natürlich eigentlich gar nicht gibt. Ne. So. Spongebob geht los. Ne. Soll ich überhaupt euch die Folge ein bisschen erzählen. Oh. Weiß ich gar nicht. Das ist ein bisschen Spoilerei. Ich glaube ich blende euch einfach mal. Das ein. Dann könnt ihr euch das einfach mal selber angucken. Was er überhaupt da alles holt. BN Markt. Ich hab's jetzt mal abgekürzt. Ja. Ja. So. Genug gelabert. Ich muss euch hier mit dem Video was erklären. Und zwar. Jetzt haben wir das Dach. Sag ich mal. Zugezogen. Mit den Stufen. Jetzt nehmen wir einfach mal unsere gelbe Wolle. Trinken aber vorher noch mal einen Geschwindigkeitstrank. Der ist jetzt wieder. Nachgelassen. So. Wir nehmen erstmal unsere gelbe Wolle. Und platzieren die jetzt erstmal in den Ecken. Ne. Und dann noch einmal so nach oben. Damit das so ein bisschen geschützt ist. Das machen wir erstmal überall in den Ecken. Oh. Zack. Hier vorne natürlich auch noch. Super. So. Wenn wir das unten gemacht haben, machen wir das genau oben auch noch. Und zwar geht ihr einfach an die Ecken ran. Ne. Platziert das einfach an den Stufen. So. Und dann noch einmal nach unten. So. Das machen wir natürlich auch nochmal überall in den Ecken. Unten wie oben. So. Hier natürlich auch. Dürfen wir nicht vergessen. So. Und wie gesagt. Die Folge. Die ich euch gerade eben erzählt habe. Ich blende euch die ein. Hab sie ja eigentlich jetzt schon eingeblendet. Aber ich blende es euch nochmal ein. Sicherheitshaber. Dann könnt ihr euch die mal ein bisschen angucken. So. Ansonsten. Jetzt machen wir erstmal von unserer Schatzkiste diese. Ja. Schnallen könnte man schon fast sagen. Oder diese Verstärkung der Kiste machen wir jetzt. Und zwar richten wir uns einfach bei unserem Vordereingang. Haben wir jetzt sag ich mal an den Seiten. Ja. Fenster gemacht. Da lassen wir nochmal ein Block zur Seite absteuern. Und platzen den Sender vorne einfach an. Dreimal gelbe Wolle. Das Ganze ziehen wir einfach komplett bis oben hin. So. Na. Hier auch bei den Stufen. Blupp. Und denn. Wenn wir das getan haben. Das machen wir unten. Lassen wir den Block einfach frei. Platzieren mal einen zweiten vorne nach hinten ran. Lassen zwei Blöcke frei. Platzieren ein. Zwei Blöcke frei lassen. Einplatzieren. Zwei Blöcke frei lassen. Und einplatzieren. Und müssten wir oben noch einen Block haben. So. Und wenn wir das haben. Machen wir das auf der anderen Seite hier auch. Das heißt bei diesem Fenster einen Block. Abstand lassen. Dann platzieren wir einfach drei. Zack. Gelbe Wolle. Das Ganze ziehen wir bis nach oben. Dann können wir eigentlich auch hier bei den Stufen oben. Schon gleich ran platzieren. So. Und wenn wir das haben. Machen wir jetzt noch vorne diese. Ja. Abstehenden Blöcke hin. Das heißt unten. Hier nichts. So. Beim zweiten. Zwei Blöcke frei. Einsetzen. Zwei Blöcke frei. Einsetzen. Zwei Blöcke frei. Einsetzen. Okay. So. Und wenn wir das haben. Dürfen wir jetzt auf unserem Dach. Einfach mal. Ähm. Ja. Die Stufen hier wegschlagen. Das Ganze bis nach hinten denn. Auf der Breite halt. Wie wir das jetzt hochgezogen haben. So. Bis nach hinten. Weg. Und da ziehen wir dann ganz einfach. Na. Unsere gelbe Wolle hin. So. Und dann können wir das Ganze hier auch noch natürlich wieder runterziehen. So. Und dann machen wir erstmal hier. Wenn wir es runtergezogen haben. Das ist wie vorne. Heißt hier unten nichts platzieren. Dann beim zweiten. Plupp. Zwei freilassen. Einsetzen. Zwei freilassen. Einsetzen. Einsetzen. Zwei freilassen. Einsetzen. Und oben. Plupps. Sollte es ja natürlich wieder aufgehen. Dass wir hier einen haben. So. Und jetzt hier oben. Machen wir ganz einfach an den Seiten hier. Lassen wir zwei Blöcke frei. Einsetzen. Zwei freilassen. Einsetzen. Zwei freilassen. Einsetzen. Zwei freilassen. Einen setzen. Zwei freilassen. So sieht das oben aus. Dieses Spiel machen wir auch nochmal hier auf der anderen Seite. Müssen wir auch noch machen. Also erstmal hier natürlich das freischlagen. so. Dann das Ganze natürlich mit der gelben Wolle nachziehen. Und dann natürlich alles wieder runterziehen. So, jetzt machen wir natürlich wieder unsere Blöcke, die abstehen, wieder vorne ran. So, oben natürlich auch noch. Hier natürlich darauf achten, dass wir an den Seiten zwei Blöcke diesmal freilassen und nicht einen. Und dann wieder zwei freilassen, einsetzen, zwei freilassen, einsetzen, zwei freilassen und einsetzen. Okay. So, das ist jetzt schon ein bisschen so unsere Kiste. Jetzt machen wir an den Seiten einfach mal diese Halterung, dass man die Kiste auch anheben kann. Und zwar achten wir jetzt einfach mal drauf, dass wir oben einen Block haben und an den Seiten zwei Blöcke frei. So, das Ganze schlagen wir mal einfach rüber. So, hier natürlich auch, zwei Blöcke hier und einen Block so oben und eine Stufe oben. Das Ganze noch drei Blöcke halt runter, also insgesamt drei Blöcke. So, dann füllen wir das einfach mal aus mit unserer grauen Wolle. So, dann haben wir hier unten, sag ich mal. Warte mal, müssen wir mal ein bisschen hier gucken. Ja. So, mit O. Ja, wir machen jetzt einfach mal hier unten nochmal zwei, äh, nee, vier Blöcke einfach hin. Dass wir an den Seiten hier noch so zwei Blöcke, ja, so überstehen haben von der grauen Wolle. Da dann, blub, machen wir hier so noch diese Griffe ein bisschen da oben. Und fertig ist das Ganze. So, das machen wir auch nochmal auf der anderen Seite. Blub, fliegen wir rüber. Ja, das heißt, wie war das? An den Seiten zwei Blöcke, ne? An den Seiten zwei Blöcke und oben ein Block. So, schlagen wir natürlich rüber zur anderen Seite. Blub, achten, ne, dass wir hier zwei Blöcke haben und oben ein. Dann nochmal zweimal runter, auch wieder hier so rüber schlagen. So, dann füllen wir das Ganze aus mit unserer grauen Wolle. So, und wenn wir das haben, ja, machen wir diesmal einfach hier schon gleich so oben. Blub, hier unten dann eins, zwei, drei, vier. Und dann geht es wieder nach oben, zwei und fertig. Okay. So, wenn wir das haben, können wir eigentlich, ja, unsere Blöcke erstmal wegtun. Denn jetzt machen wir, bevor es überhaupt an die Schrift geht, erstmal noch den Totenkopf vorne ran. Das ist ja irgendwie so das Zeichen von dem. So, dann beginnen wir einfach mal ganz einfach mit Quarzblöcken. Die, ja, sag ich mal, platzieren wir in der Mitte. Das wäre so drei. Das wäre hier. Haben noch einen Block darunter Abstand oder wo, obwohl, muss man mal kurz gucken. Ja, einen Block Abstand. Okay. So, dreier Mitte sollten wir ja finden durch die Tür. Haben jetzt, sag ich mal, über unseren Treppen noch einen Block. So, davor machen wir dann einfach Quarzzeppen ran. Auf den Block, dann machen wir Kohleblöcke. An den Seiten des Kohleblocks nochmal einen Block an sich. Dit 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 dit. Haben wir jetzt erstmal darauf. Nochmal Quarzblöcke. Ich muss ein bisschen gucken beim Original. Original. Dit 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 dit. Drei da. Guck mal. Eins, zwei, drei, vier. Also, einen haben wir jetzt auf unseren Kohleblöcke platziert. Das heißt, noch zwei, drei und vier. So. Ich würde mal sagen, ziehen wir erstmal ein bisschen den Mund. Das heißt, das Ganze machen wir noch einmal nach vorne setzen. So, in etwa. Können wir schon mal ein bisschen den Mund machen mit den Stufen. Den könnt ihr euch natürlich jetzt so formen, wie ihr möchtet. Ich glaube, ich lasse ihn mal jetzt so. So, okay. Danach machen wir Dit 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 dit. Kurs ein bisschen Duschern hier drüben. Die Nase. Und zwar schlagen wir den einfach mal weg. Dann schlagen wir den oberen Block weg. Machen den weg. Und haben, sag ich mal, so zwei Blöcke als einen gemacht. Die schlagen wir dann weg und tauschen die ganz einfach mal aus durch den Kohleblock, damit das halt dunkel ist. Dann schlagen wir diesen und diesen Block weg. Machen dafür dann Kohleböcke dahinter hin. Das sind ja unsere Augen. Da müssen wir jetzt an den Seiten jeweils denn erstmal Blöcke platzieren. Dann nehmen wir einfach Quarztreppen, machen die unten ran. Obwohl, das sieht besser aus, wenn wir die letzte Treppe einfach mal so anecken. So, okay. So, dieses Prinzip machen wir auch nochmal oben. Das heißt, die letzte Treppe gerade und die erste blub, anecken. Machen wir hier auch nochmal. Okay. So, das ist ja schon langsam so unser Totenkopf. Jetzt fehlen natürlich noch die Knochen an den Seiten, wie man das so richtig kennt, so von einem Piraten-Totenkopf. Und zwar machen wir jetzt einfach mal, wenn ich nochmal kurz geguckt habe. Aha, aha, aha. Hm, 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 okay. Also, wir fangen einfach mal hier hinten an. Setzen hier einfach mal, ups, nicht so, sondern eine normale Treppe so an unserer Backe hier. Und dann nochmal eine Treppe auch nochmal so. So, dann einfach eine umgedrehte Treppe darunter und zum Abschluss noch eine Stufe daran. So, dieses Spiel machen wir auch nochmal auf der anderen Seite. Das heißt, hier einfach an dem Block, pluck, Treppe, dann darunter auch nochmal. So, wir sind noch nicht fertig, wir machen jetzt auf dem Backen auch nochmal Stufen. So, und wenn wir das haben, nehmen wir Quarztreppe und bringen jetzt umgedrehte Treppen einmal hier an. Ja? Und nochmal eine, so. Dann wieder eine Treppe, sag ich mal, dann noch so rauf, ne, so, normale denn. Und dann auf der letzten Treppe platzieren wir eine Stufe. So, das spielen wir auch nochmal auf der anderen Seite. Das heißt, jetzt einfach hier, ne, umgedrehte Treppe. Uh, dann nochmal eine umgedrehte Treppe. Denn hier dazwischen eine normale Treppe. Und obendrauf eine Stufe. So, das ist dann unser Totenkopf. Ne, den Mund, den könnt ihr euch ja formen, wie ihr das gerne hättet. Könnt euch so einen Mund machen oder... So ein, ne, macht euch den, wie ihr möchtet. Okay. So, an sich sind wir dann damit auch fertig und können das Blockmaterial dann wegtun. Und jetzt geht es eigentlich schon an unsere Schrift oben. So, die ist auch relativ einfach zu erklären. Und zwar nehmen wir erstmal einen Geschwindigkeitstrang zu uns. Und... So. Schwarz-Eichenstufe brauchen wir wieder. Denn schwarze Wolle, weiße Wolle, Bruststeinmauer und natürlich einen Geschwindigkeitsstrang. Ja. Okay, dann geht es eigentlich auch los mit der Schrift. Und zwar ganz einfach... Ähm... Düt, düt, düt. Ja. Wir richten uns einfach mal nach diesen Knubbeln hier, die wir gesetzt haben. Wollte ich nochmal kurz gucken. Nicht, dass ich euch hier das Falsche erkläre. So. Jetzt hier in der Mitte bei diesem Knubbeln könnt ihr das entweder vorne setzen oder hinten. Ich mal sitze hinten. Blup. Setzt einfach eine Stufe, denn entfernt auch einen Block halt hier zu unseren gelben Wolle hin. Das gleiche Spiel auch nochmal auf der anderen Seite. Sollte genau dann aber gleich sein, wie auf denen ihr das jetzt schon platziert habt. Dann nehmt ihr euch ganz einfach mal Bruststeinmauer und zieht euch das beliebige Höhe. Da gibt es jetzt eigentlich nicht so richtig ein richtiges Maß. Das sah jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, die Höhe, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Elf. Elf Blöcke nach oben. Oder elf Mauern nach oben. Ja, elf Mauern nach oben. Danach nehmen wir dann erstmal weiße Wolle. Die sollte, sag ich mal jetzt hier zu unserem Knubbeln, Minimum. Ja, ich sage mal ganz einfach, eins, zwei, drei, vier. Ja, vier Blöcke Minimum Abstand halten. Aber wir sind mal ein bisschen Hardcore machen. Einfach mal. Ne, doch. Ne, ne, ne. Wir wollen nicht übertreiben. Wir machen einfach mal so Minimum vier Blöcke Abstand. Vielleicht auch fünf Blöcke Abstand, ne? Sollen wir so ein bisschen gucken. So, ansonsten ziehen wir erstmal weiße Wolle zu den beiden rüber. Oh, dann wieder zurück. Oh, das machen wir erstmal bis nach oben denn. Ups. So spannen wir erstmal das auf. Die Form nennt, wie, sag ich mal, da die Schrift dann drauf ist, die machen wir nach hinein. Wir müssen uns das ja erstmal so ein bisschen festtackern jetzt hier. Das haben wir jetzt so ein bisschen nach oben gemacht. Danach nehmen wir dann einfach mal schwarze Wolle. Wir lassen jetzt einfach mal hier an der Seite. Wollen wir mal kurz gucken hier. Mhm, 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 mhm. Ja, okay. Okay, okay, okay. Wir fangen jetzt einfach mal an. Und zwar, ähm, ja, platzieren wir einfach mal das B jetzt einfach hier an der Seite. Machen das Ganze denn auf eine Höhe von fünf. Platzieren unten zwei. Fangen an der Seite nochmal. Welche an? Blub. Habe ich die jetzt überhaupt auf diese Höhe gemacht? Ne, ein bisschen niedriger. So, vier machen wir. Ne, eigentlich fünf war richtig. Okay, fünf Blöcke jetzt erstmal hier an der Seite. Machen wir unten einfach zwei nach vorne. Blub, hier so zwei in die Ecke. So, lassen wir einfach mal unten einen frei. Und dann oben nochmal so. So in etwa. Ups. So, okay. Unser B. Vom B lassen wir einfach mal zwei Blöcke frei. Und machen dann einfach mal unser N hin. Auch gleiche Höhe. Fünf Blöcke. Dann machen wir einfach hier so ein bisschen so schräg nach unten. Der vierte Block, den wir schräg haben, machen wir wieder nach oben. Dann haben wir unser N. Da haben wir wieder zwei Blöcke Abstand. Machen hier erstmal fünf Blöcke hin. Auf der rechten Seite, so ein bisschen unter, machen wir erstmal einen so. Erstmal wie so eine Eins. Ne, machen wir drei einfach hin. In der Mitte unten einen hin. Den letzten ziehen wir dann wieder so nach oben. Machen einfach mal das hier ein bisschen runter. Und haben unser M. Okay. Jo, das sieht aber noch nicht so aus wie jetzt unsere Schrift oben. Das heißt, jetzt haben wir aber wenigstens schon unser Bild vor Augen, wie das Ganze aussehen könnte. Und zwar. Ja, wie machen wir das? Wir fangen jetzt erstmal bei unseren Stangen an. Jetzt machen wir mit den Stangen erstmal auf jeder Seite. Das Ganze auch nochmal nach oben. So, den letzten Blub machen wir weg. So, dass das so wie so ein Plus ist. Das machen wir auch erstmal auf der anderen Seite. So. Okay. Wenn wir das haben, müssen wir die Schrift ein bisschen so verformen. So, dass es halt ein bisschen so aussieht, als ob es im Wind weht. Von daher machen wir einfach mal ein bisschen kurios. Wir können jetzt sagen, das B gefällt uns jetzt so. Das lassen wir so. Ja, das lassen wir so. Wir sagen, das N, das hätten wir jetzt weiter nach hinten gerne. Das heißt, das würden wir dann so einschlagen. So, müssen wir da einfach mal reinschlagen hier. Obwohl, wir wollen nicht alles von N einschlagen. Das heißt, wir sagen, das wollen wir wieder ein bisschen weiter nach vorne haben. Dann müsste das hier wieder ausfüllen. So, ne? Dann sagen wir, wir wollen jetzt, dass wir den Anfang vom M wieder in der Flagge ein bisschen mehr drin haben. Wo machen wir das noch? Und das wollen wir natürlich wieder nach vorne draußen haben. Dann müsste das so, wieder reinpacken. Nun, da könnt ihr eure eigenen Formen machen, wie das Ganze so am Ende aussehen soll. Ups, das N haben wir ein bisschen zu weit nach unten gemacht. Ne? Dann kann man sich, sag ich mal, seiner eigenen Form sich ausdenken, wie das Ganze am Ende aussehen soll. Wie es im Wind weht. Natürlich könnt ihr das, sag ich mal, hier gerade so lassen. Ansonsten müsstet ihr das, was ihr jetzt so vorne doppelt habt, das einfach mal wieder weg machen. Natürlich wäre das jetzt beim N, haben wir, sag ich mal, hier vier Blöcke weiter nach vorne gemacht. Müssen wir die vier dann wieder weg machen. Oder jetzt hier beim B müssen wir die natürlich hier wieder weg machen. Bei den Stangen hier, die wir jetzt nach oben gezogen haben, da lassen wir immer so ein Plus. Weil ich sag mal, das ist ja wie so eine Schatzkarte, die ist an den Seiten dann noch so ein bisschen zusammengerollt. Jetzt hier beim N müssten wir diese Ecke weg machen. Ja, so in etwa. Oh, ich habe es ein bisschen niedrig gemacht. Aber so an sich ist es jetzt unser Park N Markt von Spongebob. Okay. Das ist er jetzt. Kann man ein bisschen bauen. Wie gesagt, bei der Flagge müsst ihr ein bisschen gucken. Ich stelle mich einfach mal jetzt über dieser Flagge. Vielleicht, wenn euch diese Form gefällt, wie ich die jetzt hier schon gebaut habe, könnt ihr die ja gerne übernehmen. Wie gesagt, ich bleibe jetzt so stehen. Einmal kurz das Video anhalten, wenn ihr die gleiche Form gerne hättet. Und dann einfach. Ja, habt ihr euren Park N Markt. Könnt ihr ein bisschen einkaufen. So, okay. Das war es dann auch erstmal wieder von unserer Spongebob Folge. Und ja, ich würde mal sagen, wir stellen uns einfach mal Safety in. Mit den zwei Märkten hier. Und dann stehe ich Safety. Dann war es das erstmal wieder von meiner Seite. Ich sage einfach mal, schaltet ein zum nächsten Video und haut es rein. Und ja. Tschüss.